Rennen hat Jaap van Lagen geworden, im schwarzen Fahrzeug mit dem gelben Helm, der Holländer gut dabei, gleich mal ein Crash am Anfang und da ist mit dabei José María López, der kam zurück zur Argentinie, im letzten Jahr war er Meister, zwischen der Formel 3000 unterwegs gewesen, da ist er guter Fünfter geworden, aber beim Comeback läuft es überhaupt nicht und das war einfach ein großer Fahrfehler von ihm, bei noch nicht ganz aufgeheizten Reifen, das Glück, dass er sich nicht überschlägt in diesem Schreckmoment also für ihn.